Wir haben heute ein Schulturnier, Freunde, und wir nehmen ganze Schule auseinander. Heute haben wir ein großes Sportfest bei uns in der Schule, Freunde. Und wir haben uns für ein Fußballturnier entschieden. Natürlich, Freunde, vor dem Spiel immer Mette trinken ist ein Muss. Mette gibt dir viel Power und macht dich sogar aggressiv auf dem Platz. Ich habe mich heute für die Nummer 90 entschieden. Eine legendäre Nummer mit einer sehr großen Geschichte. Und jetzt machen wir uns kurz warm, Freunde. Gleich gibt es das erste Spiel für uns. Ich verspreche es euch, wir holen das Ding nach Hause.